Mein Name ist Bruce Jarnel und ich bin heute hier zu drehen für meine neue Show, The Moving Sofa aus Berlin. Es ist eine Talkshow. Es wird spannend sein, es wird interessant sein, wahrscheinlich auch lustig und ein bisschen dramatisch sein. The Moving Sofa hier von Berlin. The Moving Sofa!